Wir hier von nah und fern, ob aus Augsburg, Stuttgart oder Börn, ob jung, ob alt, ob groß, ob klein, wir laden euch zum Zuschauen ein. Wir gaukeln, tunnen und werden springen und euch hoffentlich zum Lachen bringen. Wenn wir dann hoch auf Pyramiden drohnen, müsst ihr uns mit Handgeklapper belohnen. Wundt euch ein Bier und genießt die Zeit, denn die Inninger Gaukler stehen für euch bereit. Gaukler und Freien! Gaukler und Freien! Gaukler und Freien! Gaukler und Freien! Drei Kopf fest! 언ge! Gaukler, Gaukler und Freien! Das war ganz gut, aber man zu zweit geht nicht auf den Schritt. Das tut aber immer weh. Das hat aber noch nicht klappt. Ich kann noch was zu dritten, nur wie Sportsekretärin. Ja, dann bin ich ja dabei. Ich werde auch noch mitmachen. Ich bleib mal da, du Schmutzweg. Jetzt kuscheln bei mir zwei Männer. Ja! Ich kuschel weg! Ich helfe dir! Hier fehlt noch ein Handstand! Hallo! 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 Applaus Euhm, ihr Mädels, seid die ihr Checktas. Ganz hoch! Ja, wszystkich, was? Das war ja ganz nett, aber wir zeigen euch das jetzt mal viel höher. Ihr zwei, wo ist die Frau? Wuhuuu! So, nun hast du etwas Seilschenken. Vier Seile! Zwei! Uuuu! Dann auch noch ein bisschen Applaus! Zwei Seine! Bravo! Hei hei hei! Alle zum Glück können wir nicht sagen! Alle, wir haben nicht genug getrunken! Ich zeige euch jetzt mal das Brust zu ihr! Ich sage mal, das ist eine Ocelot! Der hat nur ein Arm und ein Bein! Jetzt gehen wir weg! So, so schnell! Was alleine geht, geht! Auch zu dritt! Ja! Im Seil! Ja! Das war für die richtige! Wuuu! Applaus 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 Wenn der Angeber die Aufführung versaut, wollt ihr mal die Hunsgemeine Gautnerschlafe sehen? Ja! Wenn der Angeber die Aufführung versaut, will sie die Kinder schreien, obwohl die Leib sind. Flamier dich! Ein Versuch hat er noch! Ein Versuch hat er noch! Der Trottel! Wenn du den Komma da einhängst, ne? Das hört! Juhu! 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 Zwei Mal die Aufführung stehen! Juhu! 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 Applaus Applaus Oh Glückwunsch! Ja! Drei Weiber zu mir! Eins! Zwei! Weg! Weg mit euch! Ein! Inlänge! Acht! String ein Stück hoch! Wir sind so faul! Und jetzt! Rollen, springen, springen, rollen, rollen, springen, springen, rollen! Ich wünsche mir mal, und hopp! 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 Applaus War gut, aber was zu dritt geht, genau zu fünf mindestens! Theoretisch! Männer, seid ihr bereit? Ja! Die Kauke maniert zum Boden! Hopp! Warte! Hey! Ja! Bereit? Ja! Und hopp! 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 Ich sag doch, da fehlt vier. Und... Etwas stinke Füße. Stinke Füße. Ich geb's nur zurück, hab meine Arne gewaschen. Und auf! Was ist denn mit der hässlichen Daumen los? Ich glaub, die hässlichen Daumen sind unten rein. Ja, ich glaub auch, dass es ein bisschen andere wir unten sein. So! Was kommt jetzt? Und sind euch gekommen jetzt? Seid ihr bereit, Männer? Ja! Wackeln mit dem Hintern! Und auf! Applaus Jawlaws! Buddha! Nah, liebes Publikum, immer merken, auf Dauer der gleiche Partner wird langweilig! Ich will auch was Neues. Ich bin zu Hause. Und immer die gleiche Frau und eine andere Frau, das ist auch alles langweilig. Wieso bist du es bei mir gemacht? Nein, mit zwei Frauen gleichzeitig. Hört sich gut an. Kommt mal her! Schau dir mal die schönsten Frauen an. Ganz schmaler Bisse. Und ich muss zuschauen, oder was? Du bist quasi... Ja. Schau dir mal das im Kreuz an. Nach der Beweglichkeit etwas leichtes Gewicht. Kommt mal auf die Frauen. Ja klar! Und wir auf die Frauen! Wir gewinnen! Ihr schafft Gott! Die Männer kommen nicht mal hoch! Ja klar! Ja klar! Ja klar! Ja klar! Nun haben wir schon fast unser Bestes gegeben! Fast! Nun brauchen wir von euch das Beste! Und zwar eine Freiwillige! Ja, wir haben schon eine Freiwillige! Ja klar! Ja klar! Ja klar! Die könnten stinken! Die haben es doch gesagt! So! Wir haben einen Maschschubo bei uns im Lager! Der ist ja eingebracht! Vielleicht! Komm in die Mitte! Arme lang! Hallo! Beine zusammen! Du darfst noch aufhören zusammen! Ja? Ja! Hast du Spannung Tami? Spannung! Spannung! Und Spannung! Soll ich nochmal? Nein, wir haben Spannung! Ich seh's! Ja! Es ist gefährlich! Gib der Tami etwas Mut! Hey! 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 Na, Mädels! -, ,, ,, Applaus 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 Ganz wichtig ist, weil die Pheramide sind die stärksten immer ganz gut und die dicksten Und danach kommen die Hübschen Genau Ja gut, ich hätte nicht gesagt, ich bin dick, aber So! Halte die Klammer! Uuuu! Applaus 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 Du hast schon den Brand. Ja! Da! Das kriegst du! Oh, drei! Ja? Ich gucke dir auch gern! Da will mein Hände frei, oder? Mach doch mal! Zwei wieder oben drauf! Applaus Liebes Publikum! Das waren die Gauke des CS-Vereiniger! Vielen Dank fürs Zuschauen! Und wir haben noch eine Übung, da müsst ihr auch mitschwitzen! Nicht nur über wir, sondern ihr! Wir nehmen alle die rechte Hand da oben! Ach, alle Hände! Jeder, der gefallen hat, wink mal zu den Gaukeln her! Sehr gut, sehr gut! Zahle, du auch? Zahle, du auch? Zahle, du hast schmink gemacht, du musst schminken! So, wir gehen nach unten, streicheln am Körper entlang, bisschen die Gesäßtasche, holen das Portemonnaie raus und schmeißen die Gaukel mit einer oder anderen Zahler ins Hosenzweck her! Vielen Dank, meine kleine Spende! Dankeschön!